Musik Der favorisierte Serienmeister und Cupsieger Neulenkbach drückte von Beginn weg aufs Tempo. War in Rötis auf einen frühen Führungstreffer aus. Dieser fiel dann auch bereits in der vierten Spielminute. Wucher bringt Pirecci zu Fall, Elfmeter. Sarah Wronsky tritt an und verwandelt sicher zur Führung für die Gäste. Doch die Vorderländerinnen stecken nicht zurück, zeigen sich vom frühen Verlusttreffer keineswegs geschockt und kommen nur vier Minuten später zum Ausgleich. Freistoß von links, Rauch bringt die Kugel ideal zur Mitte, die äußert Spiel- und lauffreundige Isaura Wieso wird von Torfrau Lichtenegger zu Fall gebracht. Neuerlich Elfmeter, Verena Müller tritt an und verwandelt sicher zum 1-2-1-Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt versuchten die Sommermädchen mit hohem Pressing den routinierteren Bundesligisten nicht ins Spiel kommen zu lassen, was phasenweise auch sehr gut gelang. Lediglich bei Standardsituationen waren die Neulenkbarinnen immer brandgefährlich. Glück für den FFC in der 31. Spielminute. Ecke klein und der Kopfball der aufgerückten Wronsky landet im Mausennetz. Und nur kurze Zeit später ist es Sobotka, die nach einem Freistoß das Leder nur knapp verpasst. Somit bleibt es bis zur Pause bei einem leistungsgerechten 1-zu-1. Knalleffekt zu Beginn des zweiten Durchgangs. Wienreuther tankt sie auf der linken Seite durch, flankt Vorderland-Torfrau Bachmeier, kann den Ball nur kurz wegschlagen, Schwarzel Müller erbt und bringt die Niederösterreicherinnen mit 1-zu-2 in Führung. Doch neuerlich stecken Müller und Co. nicht auf, feiten mit dem Rekordmeister mit. Eine Vorentscheidung dann in der 65. Spielminute. Kirchmann versucht, einen gegnerischen Angriff zu unterbinden, fault Pirecci und muss mit Gelbrot frühzeitig unter die Dusche. Mit einer Frau weniger waren die Vorderländerinnen dann nicht mehr in der Lage, die Partie noch zu drehen. Vielmehr mussten die Summergirls, die gegen den Bundeslegisten eine starke Leistung erbrachten, durch einen Doppelschlag von Julia Hickelsberger und Sauer in der 86. bzw. 88. Spielminute noch eine zu hohe Cup-Niederlage einstecken. Aus der Traum für das Cup-Finale. Ja, ich glaube, wir, klar, ein bisschen Außenseiterrolle, wenn nur Lenkbach zu Besuch kommen, aber es geht jeder Mannschaft, glaube ich, so. Und wir haben gut mitgehalten, gut gespielt, klar, in Unterzahl 30 Minuten, lang das 2-1 gehalten und irgendwann sind sie uns dann doch drüber gefahren. Aber mit dem Ergebnis kann man, glaube ich, zufrieden sein und mit der oberen Hauptsache haben wir jetzt den Platz verlassen. Definitiv, ja, großes Kompliment an die Mannschaft, sie haben sich wirklich mit Händen und Füßen gewährt, sehr aufopferungsvoll gekämpft. 30 Minuten in Unterzahl, sich gegen eine Sauer-Mannschaft zu halten, ist alles andere als einfach, also ein großes Kompliment an die Mannschaft. Ja, grundsätzlich haben wir sich auf das eingestellt, ja, das war uns bewusst. Also wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, muss man auch den Gegner gratulieren, die haben da wirklich sehr positiv das Spiel gestaltet. Aber wie gesagt, wir haben das dann eigentlich ganz gut gelöst und sind dann, ja, Gott sei Dank ins Endspiel eingezogen.